ja herzlich willkommen moin moin zu einem neuen xbox user.de let's play neu und so fern dass es ein neues video ist das spiel ist nicht neu da uns in nicht allzu weiter ferne der nachfolger bzw das prequel zu life is strange ansteht habe ich gedacht wir könnten uns noch mal life is strange angucken phil hat das damals für sein review auch mit einem video getan tolles video review könnt ihr nochmal reinklicken ich habe mir gedacht das gab es jetzt günstig im sale da haben viele leute das viele leute wissen immer noch nicht sollen wir sonst kaufen und das ist glaube ich nach allem was man hört und nach allem was man liest auch bei unseren testberichten spiel was man schon gespielt haben sollte ich habe das nie getan ich habe seit ewigkeiten auf der platte deswegen diese videoserie life is strange season one von vorne bis hinten durch gespielt ihr seht ich habe schon spiel stand tatsächlich habe ich trotzdem nicht gespielt meine frau hat einfach mal die erste episode gespielt deswegen fange ich jetzt wieder komplett neu an we will see what happens schon allein durch den art style die musik und das alles finde ich schicht das spiel ja auch sehr menge an dem was aus point and click adventures geworden ist heraus das ist so viel weiter so viel weiter geht da ich auch nicht so viel weiter geht Wo bin ich? Was ist passiert? Ich bin in eine Wälder. Wie bin ich hier? Und wo ist hier? Warte, da ist die Lighthouse. Ich werde sicher sein, wenn ich es dort machen kann. Ich hoffe. Bitte, ich werde es dort machen. Auf zum Lighthouse. Auch jetzt gehe ich, wie bei allen Systemen, ran. Okay, ich werde richtig böse sein. Ich werde nur schlimme Entscheidungen treffen und auch alle pfeifen und nur mir selber nachgehen. Und wie das immer so ist, wenn ich spiele, kann ich das nicht. Wir werden sehen, in welche Richtung die Figuren bewegen werden. Ja, hier haben wir so ein Foreshadowing. Wir werden sehen, was der Turm hat, denn gutmaßlich wird das Spiel jetzt ja etwas früher einsetzen. Das war so surreal. Er hat den Film genannt, kleine Stückchen der Zeit. Aber er könnte über die Fotografie sprechen, wie er sicherlich war. Okay, ich bin in der Klasse. Alles ist cool. Ich bin okay. Schöne, kleine Klasse. Das war auch ziemlich cool. Ich bin in der Film. Ich bin in der Film. Ich bin in der Film. Und das war sicher nicht so ein Traum. Wird. Bühler? Diane Arbus? Da geht's, Victoria. Warum Arbus? Der Film hat sich nicht auf. Verwalt sein, dass er Bilder von der Verlustenheit ist. Wie kann ich das an Herrn Jefferson zeigen? Ich kann jetzt die Klasse lachen. Ich kann mich jetzt hören. Hm. Sie sah, dass Mensch als Torturiert wurde, richtig? Und Frankreich war bullsh. Schau das selbst. Schau das aber auch. Schau das aber auch. Schau das auch. Schau das auch. Ich glaube Max hat das, was ihr Kinder nennen, ein Selfie. Ein dummes Wort für eine wunderbare Fotografische Tradition. Und Max hat ein Gift. Natürlich, wie ihr alle wisst, das Fotoporträt hat seit den Anfang des 1800s. Deine Generation war nicht die erste, die Bilder für Selfie-Expression benutzen. Entschuldigung, ich konnte nicht resisten. Der Punkt bleibt, dass die Porträtzung immer ein wichtiges Aspekt von Kunst und Fotografie war, für so lange es sich umgekehrt hat. Jetzt, Max, seitdem ihr unsere interessante Dynamische-Lehre gehabt habt, und könnt ihr bitte bitte erzählen uns den Namen des Prozesses, die den ersten Selfie-Expression gab. Okay, man hat hier scheinbar gar keine Möglichkeit, das ganze befriedigend zu beantworten. Lass mich denken. Da kann ich mich dann ganz gut einsetzen. oder nicht, Max? Ist da jemanden hier, der kennt ihre Sachen? Louis Daguerre war ein frisch-Painter, der Daggeria-types hat. Ein Prozess, der die Porträte einen starken, reflektiven Stil, wie ein Schicht. Jetzt bist du total in der Metro-Zone. Sad-Face. Sehr gut, Viktoria. Der Daggerian-Prozess bräuchte feine Details in die Gesichter, und machte sie extrem populär aus der 1800-Zone. Schau an diese Scheiße. Wie kann ich es dem Herrn Jefferson zeigen? Wenn jemand anderes hier sah, was würden sie denken? Ich kann's ehrlich, ich bin da aber nicht immer nicht so, äh... der Typ, der sich jetzt die ganzen Diaries durchliest und schlag mich tot. Ich glaub, ohne Witz... Entschuldigung. Das letzte Spiel, wo ich alle Textdinge rechnissen hab, war... original Resident Evil. und Resident Evil 1, oder damals Resident Evil 1 rausgekommen. Also ich hab' ich schon seit einer langen Zeit... vieles hab' ich nicht mehr gelesen, aber... in den Videospielen hab' ich nicht mehr viel gelesen. So Stella und Alyssa, get it together. Taylor! Don't hide! I'm still waiting for your entry 2. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Sooo... Victoria doesn't waste a second kissing ass. You're submitting your photo for the competition everybody in class. I should've known. She'll have better equipment than Blackwell. Da will sich jemand ne schicke Kamera zulegen. Das spionieren wir noch ein bisschen hier im... oder auch nicht. Aber hab da, ich will mit dem Sprechen... Aber hab da, ich will mit dem Sprechen... Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. You can never escape the lighthouse here. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Okay, scheinbar sind wir Geek, Outsider, Mädel, mit nicht so viel Selbstbewusstsein. Oh, hi Max. Aber wir haben immerhin nicht die schlechteste Frisur in der Klasse. Das ist cool. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Wer entscheidet sich für Homework, wenn die Alternative T ist? Hier, da mache ich jetzt ein Foto von. Das reiche ich ein. Bums aus. Projekt beendet. Awesome. Serious time out in the bathroom. Das klingt nasty. Die ganze Zeit ist fertig. Es ist so f****** schade. Sie nimmt selfüaces. Mit der Zeit ist ein Film und zu verhindert. Es gibt keine Zeit. Die kamen auf eine Zeit, was sie machen wollen. Die kamen im Hintergrund. Die kamen im Hintergrund auf. Die kamen im Hintergrund. Dawson's Creek, the game. Okay, Toilette. Ignorier mal die ganzen Johnnies. Ja, ich glaube, dass es wirklich ähnlich ist an dieser High School Zeitung, ich glaube es ist nicht. Wie die Medien uns das zeigen, ist das glaube ich gar nicht ganz einfach. Jetzt kann ich mich nicht gut machen. Aber ich lasse mich, dass... This is art. Ich kann in die Kabine mich einschließen. Jetzt mal upragen. Also nie, sie wollte hier äh... Wasser im Gesicht haben. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When the door closes, a window opens. Or something like that. The butterfly effect kommt schon auch gleich. Okay girl, you don't get a photo op like this everyday. Schnell! Huh? Das war das Mädchenklo. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh boo hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! No! Whoa! What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. He shooter right now. And then I was back here. Yeah, he was likely. These pieces of time can frame us, and I've already heard this lecture. From light to shadow. From color to- Now, Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings. This is real. Shit! Can you give me an example if a person, man, I would not believe this. Das ist natürlich das Erste, was man bei sowas denkt. Ey, ist das nicht vielleicht ein Deja Vu, nein, ich kann bestimmt nur die Zeit zurückdrehen. Das sieht man ständig. Ich bin ein Kind. Das ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Wenn ich meine Selfie habe, Jefferson mir gefragt. Wenn er wieder zu tun, dann werde ich das nicht. Das ist ein Kind. Ich glaube, Max hat das, was Sie sagen, ein Selfie. A dumm word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? I need to go to the bathroom quickly and check it out. Ah cool, man kann auf jeden Fall diese Dialoge überspringen, die man schon mal gehört hat, das ist cool. Irgendwann ist ja schon, vielleicht auch nervig. Ich muss auf den Bathroom gehen. Schön, Max. Aber du wirst nicht so leicht weggehen. Wir können noch mehr nach Klasse sprechen. Oh, Scheiße. Jefferson will mich nach Klasse halten. Das ist auch gut, es hat sich schon die Chance, das Ganze nochmal zu erleben und gibt ihm trotzdem die richtige Antwort. Was stimmt denn mit der nicht? Ja, die Information erhalten, die nützlich sein, wenn du die Zeit zurückdrehst. So, let's try to do that. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Los geht's auch zum Atom. Das geht vom ersten Mal besser für mich. Ich würde es nicht. Ich würde es nicht sagen, dass eine der Fotografie zukünftige Starrs vorhanden, vorhanden in ihr Bild. Ich bin nicht vorhanden, einfach... Biding Zeit, wunderschöne für den elusiven Moment. Genau. Max, nicht zu lange warten. John Lennon sagte, dass Leben ist das, was passiert, während du mit anderen Planen machst. Oh, er zitiert auch noch John Lennon, der ist so cool. Okay, LB, letzte Aktion rückgängig machen, das bedeutet, letzte Aktion euch leistet. Das heißt, ich kann dann vorher einfach von mir sprechen. Okay, okay, ich weiß nicht, ob das irgendwas ändert, im Endeffekt, aber... So funktioniert das Bildungswesen auf der ganzen Welt. Man muss sagen, was die Lehrer cool finden. Es geht nicht um richtig und falsch, es geht um zu sagen, was die denken. Nein, natürlich, nein, nein, nicht mehr, es gibt auch. Sehr gut, der Lehrer. So, jetzt aber floddy kaloddy auf die Toilette. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. Butterfly. Dann musst du eingreifen. Oh, das war ein Zufall, da liegt ein Hammer, irgendwas geredet. Shit, I can't let this happen. I need a hammer to break it open. No, 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 no! Was habe ich denn jetzt hier gerade? Was? I have to rewind, now! Okay, au, 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 hab ich nicht mitgekriegt. Da hat er sie ja schon wieder erschossen. Hei, 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 hei. Hey, hei, hei. Tell me, was to do. I'm so sick. People try to control me. You're going to get in hell and more trouble for this than drugs. Ach so, den Hammer habe ich dann schon. Aha. Touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. Oh, the fire alarm. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? What the fuck is going on? What the fuck is going on? Do not freak out. I want to photograph it. It means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Ms. Caulfield alone and please turn off that alarm, since that's your job. Ah, the will do not take such a bad role in such a bad role. Guaranteed. So. Ah, I will definitely not go out of the school without the principal Kojak speaking. Hold on, Max. Come back here. Yeah. Nice try. You look a little stressed out. Are you okay? I'm, I'm just a little worried about my future. Are you sweating pinballs? Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max. Ja, ich kann die Zeit umdrehen und hab'n Feuerlamm ausgelöst. Oh, damn. Damn. Damn, 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 damn. Nein, Todswaffen nicht gut. I just saw Nathan Prescott waiting a gun around in the girlsroom. Nathan Prescott? You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind the stall. Ich habe das Recht, da zu sein. Es ist die Mädchenruppe. Ich weiß, ich weiß. Ich will nur komplett klar sein, was passiert. Herr Prescott ist aus der Stadt die meisten beziehungsvolle Familie. Und einer von Blackwells die meisten erhebten Studenten. Es ist also schwierig, mich zu sehen, dass er eine Weckung in der Mädchenruppe verbreitet. Was passiert dann? Hätte ich es mal lieber nicht gesagt. Hätte ich es lieber nicht gesagt. Ich frage mich, was zu tun. Ich frage mich. Ich frage mich. Danke, dass ich es zu meiner Meinung bin. Das ist es? Nach dem, was ich gesagt habe? Wir werden diese Diskussion später in meinem Büchle. Bitte gehen raus mit dem Rest von deinem Klasse, Frau Caulfield. Natürlich, diese Akademische Drone will nicht tun nichts, weil die Prescott-Familie hat Blackwell. Ich frage mich jetzt. Wollte ich aufwinden und meine Geschichte ändern? Ich lasse es mal so. Ich lasse es mal drauf ankommen. Es wird ja auf die eine oder andere Weise irgendwie zu Ende gehen. Ich lasse es mal auf die Schmerzen. Danke. Okay, bitte. Tattoo eines Drachens auf der Warte. So unique. Okay. Ich bin jetzt aktuell nicht da, um mich um die Missing Girls hier zu kümmern. Kann ich da sein, wenn ein Sasquatch tatsächlich eine Razorback zu kümmern? Ist da bestimmt irgendwie ein... Wie heißt denn das? Wohnheim oder sowas? Oh, hier gibt es irgendwas in meinem Tagebuch. Okay, jetzt habe ich hier Jet-Verlauf. Bis gleich, ja. Okay. Gucken wir... Da sind die Dormitories. Okay. Schauen wir uns das mal an. Ich werde nicht jede Nebenast erforschen und jeder Figur reden, jedes Collectible sammeln. Man sollte ja auch noch irgendwie Grund haben, selber zu spielen. So. Dormitories. Zu den Wohnheimen. USB-Stick holen. Geh' mal, Logan. Bring' es, Brach. Tja! Tja! Oh, mhm. Das ist gar nicht mein eigener Wurst. Wie ist die? Okay. Oh, die hat immer alle ganz bunte Haare. Wie ist das heitig? Oh, sie ist an der Girl Gang vorbei. Oh, sie ist an der Girl Gang vorbei. Oh, schau, es ist Max Caulfield. Das Selfie-Hole von Blackwell. Was ein schade Gimmick. Auch Mark, Mr. Jefferson, fällt für eure Waif-Hipster-Bullshit. Der Daguerreion-Prozess, Sir. Du kannst das gar nicht sagen. Ich glaube, du hast deine Meden gefüllt. Hahaha. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. So. Leider... Wir werden sehen. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Nein. Das will man nicht. Das will man nicht. Das will man nicht. Hier. Will ich nicht hier durchgehen? Das will man nicht. Aber vielleicht kann ich hier... ...die Sprickleranlage manipulieren. Oh nein, Cashmere. Oh nein, Cashmere. Ja, ist doch gut. Vielleicht komme ich jetzt hier rein. Was wäre schlimmer als Wasser aufkaschen hier? Hm. Okay, die lasst mich immer noch nicht durch. Okay. Das heißt... Ich muss irgendwie... Gucken wir mal, ob ich da oben... ...den Nagel rausnehmen kann, wo das aufhängt. Gut. Ah. Schwer zugespülen. Sehr gut. Ich spüle mal ganz zurück. So. Oh ne. Oh. So. Kann ich den Eimer irgendwie manipulieren? Ja, guck mal. Okay. Okay. Let's see if this works. Let's see if this works. Jetzt nochmal den... ...Sprickler anmachen, hier. Oh, ich vermute, dass die nicht weit genug... ...runterstehen. Ja. Water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit cost? You look great. I can't even chill on the steps. Jetzt bin ich ja gespannt. Jawollo. Cashmere. Bitches. Kann ich da aber ein Foto machen? Fotos machen. Fotos machen. Fotos machen. Das ist alles, worum es geht. Hey, Victoria. Was willst du, Max? Hey, es gibt nur einen Weg, das zu regeln. Verspotten. Oh, warte. Halt die Pose. Und kein Filter braucht, bevor ich das poste. Was ist das? Jetzt bitte, gehen Sie. Ich habe einen verletzten Tag gehabt und gehe in meine Wohnung. Du machst das? Ich weiß, wo du leben. So ist Nathan. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Ich glaube, den Weg nicht eingeschlagen habe. Ich fasse aus für mit allen. Aber das ist gut. Das sorgt für Dynamik und Action. Oh, oh. So. So. Mein Room. Genau. Hm. Hm. Okay. Ich habe jetzt irgendwie diese Kacke-Bild da weggemacht und... Na ja, gut. Wie ist das? Wie ist das? Oh, Victoria. Gib mir einen fucking Break. Da ist eigentlich ein cooles System mit diesen Dingern, ne? Da kann man schreiben, solcher Bock zu reden. Nachrichten sollten sich alle überbrochen sein. Sie sind perfekt für sich. Und man kann sich gemeine Nachrichten da draufschreiben und... Bilder malen. Okay, wo mag denn wohl der... Wo spürst du es sein? Ich hab mir sogar ein kleines Message mit diesem Flash-Drive gegeben. Er ist so ein Guckball. Ich begrüße dich auf den Geschmack. Cannibal Holocaust. Ja, das sind auch Klassiker des Films. Sehr viel Zeit. Oh, könnte man... Oh, Mama hat geschrieben. Da muss man gucken. Mama lässt man nicht warten. Ruf mich ASAP an. Ah ja, die sind alle auch amal auf die Sprache so im Blut. Machen wir mal die. Ne, wir mal die. Wo mag ich denn... Der ist der Fall der Fläche. Instant Film ist so damn hard zu finden und expensive. Aber ich kann es nicht helfen. Ich kann es nicht helfen. Ich bin animal. Wenn ich nicht durch einen Blick finden, dann schaue ich durch ein Fenster. Ich schaue immer nach. Ich schaue immer. Die DVDs. Was guckt sie gerne? Ein Tag, ich werde eine aktuelle HDTV bekommen. Klassiker. Ikea. Regal. Es sieht aus, wie Dana mir eine kleine Post-It-Note left. Ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Jetzt will ich zu Dana's room. Also gehen wir in Dana's room. Wer hätte ja auch gedacht, dass das ohne Probleme abläuft. Du siehst aus wie eine... ...Mason? Ja, das können wir einfach riegeln. So. Oh. 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 Oh, das könnte kompliziert werden. Oh. Oh. Ich weiß, dass die Krufe in ihrem Raum ist. So... Juliette, Extreme Reporter. Victoria is the Muffin. Ist das ein Vortex Club oder ein Victoria Club Initiation? Wirklich pathetisch. Room 217? Keine Ahnung, dass ich hier in der Hölle in die Hölle gehe. Ich kann ja gerade sehen, wo Victoria ist, eigentlich. Ja, 221 ist Victoria Chase. Okay, let's see. Bathroom. Das ist ein. Victoria. Okay. Was suchen wir? Irgendwas, das beweist, dass... Das nicht stimmt. Kids heutzutage würden das doch irgendwie auf dem Handy oder auf der Kamera oder auf dem Tablet haben. Viele Tänische dort zu gucken. Sie hat eigentlich eine klassische Medium Format Kamera mit ein... Nein, Officer. Ich bin nicht... Ist sie einen 3D-Printer für ihre Dorm Room? Vielleicht werde ich ihren Posse sein. Nein. Für einen 3D-Printer verkauft man nicht die Seele. Komm. Schmuck. Laptop. Ich glaube, es ist irgendwie am Laptop. Das ist wirklich schön, Victoria. Boom. Das ist die E-Mail, die ich für Juliette zeigen muss. Jetzt muss ich das schnell printen und rauskommen. Ja klar, wie printe ich das denn? So... Mh... Ah. E-Mail drucken. Kann man irgendwas fotografieren? Irgendwas cooles? Bisschen... Bisschen... Boer ist es nicht, wenn ich jetzt hier anfange Fotos zu machen. Ich könnte noch hier ein Selfie machen, Frau Figl. Auf jeden Fall... auf jeden fall ich muss ärger machen wo ich hingehe okay gucken wir mal um mehr geben course course i'm an asshole i'm sorry dina you are and i hope so you really think i'd mess around with zachary no but i get stupid jealous i owe you dinner still love me and you do my laundry thanks max you're like the blackwell ninja now let's see what zach has to say about victoria you set me free thank you warren's flash drive is on my desk sie weiß natürlich genau warum ich dahin wollte also clever college kids get the flash drive and then i'll go see war das kann ich nicht einfach unkommentiert lassen ich brauche noch den usb ist hier bevor ich gehe ich kann es mir auch nicht mit jedem versauen also dass ich den schwangerschaftstest einfach muss protect my precious so max never has to chase it down again this is both sad and pathetic ja logen der wohl braten geschoben haben happens ja ich will nicht mit der reden ich nochmal los büßtig ich weiß leider mittlerweile nicht mehr aus welchem Grund ich eigentlich nur das Beastik geholt habe. Vielleicht kann uns das Tagebuch da helfen. Ich weiß nicht, auf dem Park was wir rollen vielleicht? Ja. Okay. Warren wartet. Warren wartet. Warren wartet. Ja. Ah, hier habe ich damit einfach alles noch viel schlimmer gemacht. Hey Schlampe, hoffentlich hat dir das Foto gefallen. Es war dein letztes. Awesome. Meine Taten ziehen Kreise, das ist gut. So ein Parkplatz. Auf jeden Fall Foto machen. Ich brauche Beweise, um den ranzukriegen. Ich hoffe, du hast das Show gefallen. Danke für nichts, Max. Bitte. Du wirst mir später danken. Ich lasse das dabei. Nee, ich lasse das so, weil wenn ich jetzt helfe, es kommt schon unter Situationen, wo ich es beweisen muss. Und dann habe ich das Foto. Ich lasse das so. Jajaja. Kann ich immer zurückblicken. Ein paar Graffitis vielleicht fotografieren. Hier Graffiti. Hier ist der aus dem Kunstwerk. Siehe, meine Ansichten von Kunst sind anders. Guck mal, da kann ich was drauf zeichnen, was so dirty ist. Und ein Foto machen davon, natürlich. Ich könnte das Bild für eine Serie auf Arcadia Bay Lots nutzen. Die optionalen Fotos, kann man hier im Tagebuch gucken, sind scheinbar die Collectibles. Hier sehe ich, welche ich habe und das andere gibt mir Hinweise darauf, welches wären. Zum Beispiel hätte ich wahrscheinlich das Footballfenster noch fotografieren können und den Lehrer nochmal. Und da kann man dann wohl Achievements sammeln. Ich will aber zu meinem Freund. Ah, wie sollst du den nicht umarmt? Check out my new wheels. Cool, very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh, just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? Ja, man kann schon mal 100 Kilometer für den Drive-In fahren. Man, ich sah, dass Victoria nicht das Bild von dir auf Facebook verletzt hat. Major B**** move. No worries, Warren. I took a sweet shot of Victoria. I can't wait to share. Oh, score one for Team Max. It would be so karmic, to see your ass clown face all over the interwebs. I guess she does deserve it for all the shitty things she's done to people here. So, did you get a chance to check out if you could heal my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there. From Akira to Twilight Zone? Which seems apropos today. I consider myself a pop, cultural pirate kind of sewer. That does sound better than Thief. Haha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Ich weiß gar nicht, ist Cannibal Holocaust in Deutschland eventuell sogar auf dem Index? Pff, man weiß es nicht. Seen it? I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can't a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren. This is between you and me. Not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures. Especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal? Now. Answer me, bitch. I told him the truth. A student had a gun. No. You told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what? Give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me. I pay people for that. Where are you about your son? That's why. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Oh. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents. Not the principal. Or that whore in the bathroom. No way. You again. Go. Go. I got this. Get in, Max. Oh no. Get your punk asses out of there now. Don't even try to run. Nobody. That's easy. Nobody. Nobody. Yeah, and the other last one, the other one. Yeah, dude. Full of good friends. Full of good friends. Full of good friends. Man. Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. We both had beef and were bad friends forever. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense, I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? I have no idea. I know he's a press card. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move, specifically to fuck you over, Chloe. You've been a Blackwell for almost two months without letting me know. But it fits everything. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me next. It's a bit strange when he's on the toilet. So, yeah. Er hat das Mädchen erschossen. So, als würde sie nicht mal den Namen wissen. Und jetzt stellt sie heraus. Oh man, are you serious? Wow. I haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My stepdouche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Ich dachte, es wäre vorbei. Aber die Folgen gehen wohl doch dann, ne? Eine Stunde. Bis 80 Minuten vielleicht. Let's see. Can I see. Okay. Come in. Medi-Kate ist so geil. Du, der Stiefvater scheint ja schon mal auch irgendwie nicht so nice zu sein. Music. Wie hören denn Kids heute total die Musik? Über den Abbie oder was? Oh, hier Stereoanlage. Stecker an. Die hört doch bestimmt Hawaimusik. Houston, we have the power. But we need to find a disc to play. We need to find a disc. Dass die auch ihr Zimmer nicht aufräumen kann, dass ich jetzt einfach mal CD finde hier. Oh, hatte sie eine Law of Affair mit dem vermissten Mädchen vielleicht? Hey, gimme that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. Well, that was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step Dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you. And Rachel. Gone. Can you put on some music now? No. Yeah, sure. Sag mal, jemand, der auf Filmen wie Cannibal Holocaust steht, müsste jetzt zwangsläufig eigentlich Cannibal Corpse als Musik hören. Aber das wird wohl nicht so sein. Nein, nicht so ganz. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Dann lassen wir sie doch mal ein bisschen dampfen. Begin in die Garage. Nope. Someone locked it from the other side. Nope. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Elektrizitätsrechnung überfällig. Naja. Aber scheinbar haben sie ja noch Strom. Oh, der Schakade. Okay, das scheint sie sehr nachtragend zu sein. I haven't seen this place in five years. Seems like forever. Seems like forever. So. Und die ist an die Garage und nicht in den Garten, aber. Und noch ein paar richtig... Oh, was ist hier, was ist hier. We made this great for Chloe's kitty. Poor Bongo. You never saw that car coming. That took Chloe and me the whole day to draw. It's almost invisible now. Ah, okay. Dann doch, der die Garage zurück. Genug schmerzhafte Erinnerungen. Ausgegraben ist das die Garage? Ich sollte hier die Tools finden, die ich hier brauche. Ach, du Scheiße. Der sah gar nicht so alt aus. Nicht gut, nicht gut. Und da fühlt mir was an. Ja, oder ist das die, die der andere Johnny da hatte? Nee, denn... Warum hat denn das schon mal Sequenzen? Er hat eigentlich installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Wowzer, a map of Blackwell Academy. Ja, der hat ja auch Kameras oder so. Dann müssen wir sie ja schließen. Wenn man das nicht sofort rausfindet. Diese sind viel zu groß. Ich brauche kleine Tools für diese Kamera. Kleine Tools. Ich brauche sie zu spionieren. Ich brauche sie zu spionieren. Ich brauche sie zu spionieren. Essen A gear hat Der muss doch irgendwo hier... Akten? Oh. Das drehen wir lieber zurück, weil... So. Ich finde da auf jeden Fall raus, dass ich hier geschnüstert habe. Vielleicht kann ich das Öl irgendwie abdecken oder so. Da war ich schon am Strang. Was gibt es denn hier so an Staff? Irgendwas, um dieses Öl hier abzudecken. Vielleicht Food. Schau an all diese Food. Das ist wie genug Spam für 100 Jahre. Oh, unbedingt ausschalten wieder. Äh. Nichts verfreulich aus, also dann mache ich nochmal Akten. Oh Mann. Ich werde immer sie fallen. Ich werde einfach mal... Kate Marsh? Warum würde er die Bilder von ihr haben? Okay, das ist total weirr. Jetzt nochmal zurückspulen. So. Ich weiß jetzt, dass er Fotos hat. Okay, ich nehme die Erinnerung gleich. Okay. Aber ich finde nicht das Werkzeug, was ich brauche. Das ist... Was ist denn hier noch für eine Tür? Cool. Jetzt ist es ört. Ah. Na gut, aber das hilft mir gar nicht weiter. Ah, guck mal an. Da oben ist er. Oh, Precision Screwdrivers. Aber ich kann sie nicht erreichen. Natürlich. Gucken wir mal an, wenn ich das da drunter schiebe. Und den wieder einschalte. Habe ich eine Chance. Mad Skills, so. Ich habe die Geräte. Ich muss zurück nach oben, bevor Chloe fliegt. Okay. Kann ich auch gleich mal erzählen, dass er vielleicht spioniert ist. Weiß sie aber bestimmt. Chloe. Ist hier eingepennt ist oder so. Okay, machen wir das doch gleich mal. Das sieht aber doch sehr gut motorisch aus, wie sie das da macht. So? Ich kann nicht fix das Ding. Ist das deine neue Fotos? Ja. Ich habe sie heute heute. Lass uns sehen. Booyah, du skank. Karma ist eine B***h. Das 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 ist eine B***h. Warte. Nein, warte. Wann hast du das gemacht? Du hast diese Fotos, du brat? In der B***h. Du hast heute den Alarm geöffnet. Das ist warum Nathan nach dir geflogen. Das ist warum Nathan nach dir. Das macht total Sinn. Du hast mir geholfen. Du hast mir geholfen. Jetzt erzähl mir die Wahrheit, Max. Ja, ich habe mit den Tonnen, ja. Ja, ich habe mit den Tonnen, ja. Ja, du bist ein Ninja. Ein Ninja hätte hätte mit Nathan's Kopf geschenkt. Ich habe nur eine Foto von Butterfly. Das ist so ein B***h. Oh, ja. Ich habe mich fast verletzt, als ich die Räume gesehen habe. Also, du kennst mich? Nicht überhaupt. Deine Haare und Kleine sind so unterschiedlich. Ich hoffe, so. Ich bin sicher, dass alles so wierd zu dir, nachdem ich zurückgekommen bin. Okay. Also, jetzt wird es nochmal logisch aufgebaut. Das ist wie eine Unbekannter war. Das ist wie eine Unbeziehung. 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 Ich habe nur etwas über Geld gehört. Drugs. Aber das ist es. Jetzt für die große Frage. Du hast jemanden gesagt? Wie? Wie? Wie, jemanden. Stop stalling, Frau. Der Prinzip. Aber er hat mir nicht gehoert. Der Prinzip? Du bist noch 12? Der Drunk-jack-ass nur interessiert über Geld für Blackwell Academy. Du hast ihn nicht gehoert. Ich habe dich überhaupt nicht gehoert. Ich versuche. Danke, Gott. Ich werde dir mehr ein paar Mal. Und ich wirklich, ich will dir dir, Max. Ich weiß, es war deinem Geburtstag, der letzte Woche. Wie süß. Das war mein Vater. Ich will, dass du es hast. Das ist so cool, dass du mein Geburtstag erinnerst. Aber ich kann das nicht nehmen. Natürlich kann ich. Mein Vater würde mich nicht mehr verwendet, und jetzt weiß ich, dass es sehr gut verwendet wird. Und ich habe diese Bildung als ein Symbol für unsere Reunion. Cool? Ja, natürlich ist es cool. Danke, diese Kamera ist so süß. Jetzt haben wir die Muschie-sitzung aus dem Weg... Ich fühle mich als Stage-Divin. Los geht's hier. Du bist verrückt. Ja, ja, ich bin fucking insane in der Bühne. Los geht's. Das ist das Boney White-Ass. Oder ich nehme meine Bildung mit der neuen Kamera. Hallo. Ich habe ein Foto. Das waren Kids, auch heutzutage. das knacken so eine tolle was ist denn da los okay nicht los ist schon so ausgelegt dass man die dinge vorhanden kann die schief gehen man man muss schwulen ist das was mache ich denn jetzt da der anderen war es nicht gut ich gehe jetzt ich mache es echt schön Ja, ich wusste ja, dass das Foto irgendwann nochmal hilft. Na, hab ich doch ganz froh, dass das Foto gemacht war. Ich bin Pryce, Chloe Pryce, BANG! Jesus, put that thing down! Chillax! Chillax! I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hick hole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Dann gehen wir mal. Da ist das Lighthouse. Alles wird irgendwie zusammengeführt. StIP gel. Don't messen euch. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. In mind... Hör auf! Ich bin hier noch nie, also warum fühle ich mich, dass ich gerade hier war? Wow, das ist der selbe Weg, den ich heute in meiner Nacht war. Keck! Ich komme nicht mehr mit, was das alles toll ist. Schiff! Du bist in einem guten Mood. Sehen, dass meine Stepdork spielen kann, macht mich glücklich. Ich bin nicht so wunderschön als du. Und David ist in Wahrheit eine Stepdouche. Ich bin froh, dass du das zuerst erlebt hast. Du musst mit ihm leben. Hat er immer so wie er war? Seitdem meine wunderschöne Mutter ihn in unser Haus geragte, habe ich nie zufrieden David. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, denn das war... Ich bin froh, dass er in seiner Scheiße ist. Er hat eine gewisse Wunderschöne. Er hat viele secreten Fälle. Rambo immer denkt, dass er die Intelligenz entdeckte. Hast du einen Blick? Ja. Ich konnte es nicht helfen. Keine Veränderung. Was hast du gefunden? Schreckliche Fotos von Kate Marsh, andere Blackwall-Studien. Der Mann nimmt seine Arbeit zu sehr ernst. Er denkt, dass er in der Krieg oder etwas. Er ist ein totales Verwählungs-Fetisch. Ich bin froh, dass er Spiehams in der Haus ist. Ich wusste, dass du das nicht wusste. Chloe, dein Haus ist unter Verwählungs-Fetisch. Was sprachst du? Es gibt Kameras überall im Haus. Ich sah es auf einem Monitor in der Garage. Ich wusste es! Er ist so hella-fucking-paranoid! Kann das sein, dass die das in fünf Jahren rausfinden und sie in fünf Jahren nicht. Junge, Junge. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Es ist ein Geheimnis-Fetisch. Er ist ein Elitier-Fetisch-Fetisch-Fetisch. Er schnappt eine Schleifung mit einem Schleifung. Und er mich mit einer Drogen in seinem Raum. Was? Ich habe ihn in einer Schleifung-Fetisch-Fetisch-Fetisch. Er war zu viel für den Ort und zu viel verhäßig. Er war zu viel für den Ort und zu verhäßig. Er hat sich nur auf die Bälle. Ich wusste es, Chloe. Jetzt? Ich war ein Idiot. Ich dachte, er war so blazed, dass es ein leichter wäre. Du brauchst so viel Geld? In der Fall, ja. Ich verdere viel Zeit. Und ich dachte, ich hätte genug für mich und Rachel, wenn sie aufstehen. Also, was für dich und Nathan? Wir waren in seinem Raum in Blackwell. Wir trinken, und ich lacht, dass er das Richtig ist. Er war ein Schritt nach vorne und hat etwas in meine Bier. Gott, Chloe. Ich kann es nicht glauben. Ich meine, ich mache es. Dann was? Ich wusste, dass ich auf dem Boden fuß. Ich wuchs auf und der Perv war schüttelnd. Er schraubte mich mit einer Kamera. Geh weiter. Alles war ein Blur. Ich versuchte, ihn in die Bälle und habe ein Lamp. Nathan freakte, also habe ich durcheinander die Tür und rausgebekommen. Das ist auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen düsterer Stimmung, aber die Story ist doch ein bisschen nicht so kiddy und wie man das am Anfang denkt. Ich bin so furchtig, ich kann nicht even sprechen. Was hast du dann gemacht? Ich versuchte, dass ich ihn bezahlen würde, um mich zu halten. Also, wir sind in der Bühne. Und er hat eine Schnauhe. Das war Nathan's letzte Fehler. Er ist noch gefährlich, Chloe. Nicht nur für dich. Oh, gut, dass du den Prinzip notifiedst. Ich fühle mich schon sicher. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du bist heute hier, Max. Du hast mich geholfen. Ich bin immer noch auf das. Ich sehe dich nach all diesen Jahren, fühle mich wie... ...destinie. Ich bin immer noch auf das. Ich bin immer noch auf das. Wenn das ist, das ist, dann hoffe ich, dass wir rachel finden. Ich miss mich, Max. Oh, was ist passiert? Der Stuhl. Der Sturm. Der Sturm. Der Wunsch. Die ganze Stadt. Der Wunsch. Ohhhh. Ohhhh. Gut. Geht die andere Seite. Der Sturm kommt dann aber auch nicht. Dann wird die andere Seite gehen. Das ist auch alles immer so eine Sache. Ja, was soll ich denn sonst machen? Geht die weg. 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 Ganz ohne Zeit. Abschiebung habe ich das geregelt. Okay. Einmal. Oh. Oh. Okay. Sie geht einiges vor sich. Ich sollte jetzt die Zeitung antworten. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist. 4 Tage. 4 Tage. 4 Episoden. 4 Episoden. Das ist das. Das ist auch Nueve Woche. Jetzt уreichbar. Geht vor Restem. Das ist das devibe. Das wöge. Ich werde nicht mitgefressions. страхes. Ich brösche ausge transGANbe. Ich habe aber ein不同. Das來了 wird durchflike Ort geschnelle werden. Res Raspberry es ث subjective. 5, 20 Jahre hat man einfach Angst. Das ist 30 Jahre alt. Nein, ich sehe es. Ich Exact zum temat. I feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination. But this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. But it's Schneider. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. And that seems to be the end of the hour of the hour of the hour of the hour. He's willing. He's willing to see me here in a while. We sleep. He's very amazing. About her. But he noticed that. And their memories they have the same way. In their eyes. in eine Richtung gelenkt haben. Die Figuren, die wir schon mal noch sehen werden. Ja, das ist klassisch, ne? Klassisch amerikanische Tau-Serie aufgebaut. Someday we will foresee obstacles through the blazer, through the blazer. Hm, was kommt da auf uns zu? Wir werden es rausfinden, denn wir werden weiter fortsetzen und peu a peu die erste Staffel von Life Strange durchspielen und online stellen als Vorbereitung auf die hoffentlich ebenso gute Fortsetzung des Titels. All diese Videos, weitere Videos, News, Reviews, Texte, eine wunderbare Community mit viel Tipps und Tricks und Austausch findet ihr auf www.xboxtuser.de Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Let's Play zu Folge 2 von Life is Strange Season 1. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Auf Wiedersehen.